Hallo, ich bin Xami und das hier ist Super Catboy. Habe ich mir auf Steam runtergeladen. Ich bin wohl in diesem Flugzeug. Oh, das ist wohl die Basis der Bösen dieses Flugzeugs. Ich verstehe. Irgendwie sind das alles Hunde, habt ihr das gesehen? Und hier bin ich, eine Katze oder ein Kater. Catboy heißt es, ja? Alarm! Alarm! Hehehe, der rennt im Kreis. Jo. Und nun? Oh, ein Moped. Und das Flugzeug stürzt ab. Da bin ich doch drin. Hoffentlich passiert mir nichts. Und los geht's. So, Flugzeug ist abgestürzt. Ich bin jetzt hier. Oh, ich kann springen mit A, verstehe. Oh ja, ist mit Controller. So, links und rechts. Und ich muss Münzen einsammeln. Hauen kann ich auch mit X. Gucken wir uns das mal an. So, hier eine Box, die kann ich zerstören. Super. Oh, da ist der Hundegegner. Kaputt gehauen. Super. Und boom, sprung. Sprung. Nächster Gegner, der guckt gar nicht zu mir. Kann ich einfach kaputt hauen. So, komm ich da hoch. Oh, da ist noch ein größeres Ding. Und das will ich haben. Komm rüber hier. Jawohl. Also vier Teile muss man sammeln von dem. Rüberspringen. Hauen. Oh, man kann in der Luft hauen. Oh, ich hab ne Pistole. Oh, sagt mir das keiner. Ich kann schießen. So, jetzt komm. Bick, bick, bick. Bick, bick, bick. Oh, shit. Komm her. So. Sehr schön. Also man kann hauen und schießen. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Sieht auch schön aus. Die Musik ist drollig. Oh, der macht die Brücke kaputt. Nein, 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 nein. Ah. Oh. Ah. Ach ja. So. Bäng, bäng, bäng. Sprung. Mist, auf ihn raufgesprungen. So, Wandsprung gibt's anscheinend auch. Wird hier angedeutet. Jawohl. Oder oben gibt's noch mehr Münzen. Die hol ich mir doch auch. Die hol ich mir doch auch. Die, ähm, hol ich mir doch auch. Mensch. Ich muss da mal hochkrattern, glaub ich, so. Ja, geht nicht. Zack, zack. Ja, jetzt. Komm und rüber. Tschui. Doch, geht doch alles. Man muss nur kreativ sein mit seinen Sprüngen. So, jetzt muss man hier ein bisschen aufpassen, sonst fällt man hier. Habt ihr gesehen? Ja, die Animation, wenn er am Rand ist. So, zeig ich nochmal hier. Guck mal hier. Ah. Das ist witzig. So, weiter geht's. Oh, kaputt. So, der mit seinem Messer, den hau ich hier auch mal kaputt. Ein paar Münzen noch mitnehmen. Das spielt sich recht gut und schnell und agil und hat was. Also, erinnert mich tatsächlich an die alten Super-Nintendo-Spiele. So, 16-Bit, Jump'n'Run. So muss das sein. Das kann man immer spielen, auch heute noch. Oh, schießen. Oh, langer Sprung. Hui. Wieso? Also, die Gehmechanik hab ich schon ganz gut, ganz gut verstanden. Oh, was jetzt? Ein Hinterhalt. Du guck mich mal hier so ein bisschen. Und schieß die alle ab. Ach Mist, um links sehe ich gerade die Munition, die ist limitiert. Deswegen, ey, jetzt werde ich aber von allen Seiten. Nein, nein, nein. Komm weg. So, musst du auch noch hier. Zum Glück ist man nicht nach drei Treibern tot. Ich hab jetzt noch die Hälfte meiner Energie. Ha. Und wieder Munition aufgesammelt. Sehr schön. Oh, erster Level geschafft. Ja, erster Druck. Super, macht Spaß. Schön griffig. So, weiter geht's. Ist nicht, hab ich erwischt. So, das gleiche Setting nochmal. Oh, der guckt nicht. Schnell schießen. Oh, das war gemein. Der steht genau am Rand. Da muss man ein bisschen aufpassen. So, jetzt geht's wieder ein bisschen tiefer hier. Und jetzt hier. So. Box einsammeln. Zack. Kleine Katze. Äh, kleiner Kater. Halt dich fest. Jawohl. Sehr schön. Oh, komm her. Und wieder hoch. Dum, 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 dum. Oh, hier kann man. Aha. Ein Geheimnis gefunden. Das ist witzig. Wie der da dran hängt. So, weiter geht's hier. So, Sprung. Oh, was hier? Oh, ich muss noch raufspringen. So, jetzt muss ich wieder klettern hier. Dum, 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 dum. Sehr schön. Und jetzt hier Sprung. Und schade. Habe ich nicht geschafft. Oh, die Respawn Points sind ja sehr fair. Hüpf, hüpf. Kann ich direkt weitermachen. Das ist, das ist angenehm. Oh, was ist denn da unten? Ja, man muss auch mal mutig sein, ne? Einfach mal fallen lassen. So, weiter geht's. Komm her. Ich habe mir angewöhnt, mich hinzulegen, wenn ich schieße. Ich weiß gar nicht, warum. Komm her, du Messerhund. Sprung. 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 Oh, 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 oh. Ja, nein. Komm her. Und Sprung. Und rechtzeitig loslassen. Sprung. Und hauen. Oh. Klappt doch ganz gut. So, jetzt muss ich hier wieder ein bisschen. Timing. Und Sprung. Timing. Und... Ein bisschen tiefer. Timing. Und Sprung. Jawohl. Oh. Oh, hallo Mädel. Mit dem Moped. Was machen wir jetzt? Bringst du mich irgendwo hin? Oh. Oh ja, man kann fahren. So, das ist doch sehr angelehnt an Contra, sag ich mal. Oder ähnliche Spiele. Zwischendurch mal zum Auflockern so ein Level, wo man ein bisschen einfach so Side-Scrolling, ein bisschen was abschießen kann oder ein bisschen was hauen kann. Witzig. So, komm her. So. Also ich hab die Pistole immer noch. Hier ist aber keine Limitierung der Munition. Das heißt, ich kann hier immer schießen, so oft ich will. Shit, komm her. Und ich kann nach vorne und nach hinten schießen, aber ich werde die ganze Zeit getroffen. Das ist nicht gut. Schon die Hälfte der Energie fast weg. Kann ich nicht auch schlagen? Ja, ich kann auch schlagen. Komm her. Schlagen ist viel besser, aber viel effektiver. Ach, komm her. Komm her. Ran, 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 ran. Ja, 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 ja. Kaputt. So, ran, 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 ran. Ich hau jetzt nur noch, weil ich bin zu blöd, mit der Pistole zu treffen. Und hier zwei, vier, drei. Oh, hilf er. So, wer ist jetzt weg? Zweiter auch weg. Und komm, 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 komm. So, jetzt darf kein Gegner mehr kommen, weil ich hab keine Energie mehr. Und hat Sache geschafft. Das ist gut getimt. Oh, die hat mich abgesetzt auf einem Zug. Ein Western-Level. Oh, sehr schön. Nehme ich. Hey, wie schießt hier der kleine Mobs? Ich glaube, das war wirklich ein Mobs. So, hüpfen wir mal hier durch. Ja, sehr schön gemacht. Komm, komm. So, 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 so. Aber irgendwas hab ich doch da oben gesehen. Guck mal, da oben. Er geht auf dem, auf dem Waggon geht der irgendwie. Hm, das Abteil kann ich jetzt hier hoch? Ne, aber ich kann noch hoch. Oh, 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 oh. Komm, kämpf, kämpf. Ja, Mann. Also man kann auch auf die, auf die Wagen raufspringen. Das ist ganz witzig. Kann man vielleicht ein paar, paar Sachen umgehen. So, hier, wieder ein Messerhund. Komm, komm. Und haut. Ich schieße ja neben. Mann. So. Und hier. Oh, Mist, wieder so ein Hinterhalt. Gar nicht gut, gar nicht gut. So, ich hab noch ein bisschen Munition. Aber versuch, ein bisschen mehr im Nahkampf zu schaffen. So, so, so. Komm her. Ich hab ein Messer. Ne, du hast ein Messer, aber ich nicht. Das ist unfair. Komm, Schuss, 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 Schuss. Komm, ist da noch einer? So, das war der letzte oder herwollen. Oh, hier. Auf dem Kohlewagen hier. Oh, oh, oh. Einmal hochrüpfen, bitte. Sehr schön. Ja, gefällt mir gut. Also sehr schön gezeichnet, sehr schön animiert. Und kann ich nur empfehlen. Unbedingt mal Wishlisten. Super Catboy. Ich werde es jetzt noch ein bisschen ausprobieren. Bis ich das nächste Mal sterbe. Hm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017